Mit JTL WMS verwalten Sie Ihren kompletten Warenfluss sicher, schnell und einfach. In diesem Video zeigen wir Ihnen den mobilen Packtisch. Mit seiner Hilfe kommissionieren Sie Ihre Artikel direkt am Lagerplatz und vermeiden unnötige Lagerbewegungen. Insbesondere bei schweren Produkten und bei Palettenware zahlt sich dieser Prozess für Sie aus. Für den mobilen Packtisch benötigen Sie einen mobilen Pickwagen mit einem Windows-PC oder Tablet sowie einen angebundenen Drucker und Barcode-Scanner. Der komplette Prozess findet in einem einzigen Dialog statt. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Masken hin- und herwechseln. Mit einem Klick erstellen Sie eine Pickliste für den mobilen Packtisch. Über die individuell konfigurierbaren Picklistenvorlagen bestimmen Sie genau, welche Aufträge Sie mit diesem Prozess abwickeln möchten. JTL WMS weiß, an welchem Platz welcher Artikel liegt. Die Regale und Fächer sind dementsprechend bezeichnet. JTL WMS hat den optimalen Weg zu allen auf der Pickliste enthaltenen Lagerplätzen ermittelt. Nachdem Ihr Mitarbeiter den Artikel vor Ort scannt, werden automatisch und direkt am Pickwagen das Versandetikett und alle benötigten Versanddokumente ausgedruckt. Ihr Mitarbeiter kann sich nun zu einem neuen Lagerplatz für einen weiteren Auftrag begeben. Falls ein Auftrag aus mehreren Artikeln besteht, werden zunächst alle Artikel dieses Auftrags eingesammelt. Der Einsatz des mobilen Packtisches eignet sich auch sehr gut für sortenreine Palettenware. Sie fahren mit Ihrem Gabelstapler direkt zum angezeigten Palettenplatz, um dort den Artikel zu etikettieren und auszulagern. Mit dem mobilen Packtisch reduziert JTL WMS die Anzahl der Lagerbewegungen für Ihre Versandware und bietet Ihnen einen optimierten Prozess für die Versendung von schweren Produkten und Palettenware. Profitieren Sie von kürzeren Bereitstellungszeiten und sorgen Sie mit dem mobilen Packtisch von JTL WMS für einen noch effizienteren Lagerprozess.